Hallo Leute und willkommen bei T-Mon. Heute zünde ich 1 kg Ammonium an. Ich bin aus der Stadt rausgefahren, habe eine verlassene Baustelle gefunden und werde gleich 1 kg Ammonium anzünden. Hier ist die Tüte Leute, wo ich den her habe, braucht ihr gar nicht fragen, googelt einfach mal. Ich habe meinen 3D Vulkan hergenommen. Wer das Video nicht gesehen hat, wo ich den gemalt habe, Link zum Video packe ich euch in Videobeschreibung. Ein ziemlich cooler Vulkan ist rausgekommen und so viel Asche, 5 mal mehr wie es am Anfang war. Jetzt nehmen wir das restliche Ammonium her. Wir machen erst eine kleine Straße, aber das war ein Fehler. Ihr seht gleich warum. Wir haben versucht die Straße anzuzünden, aber es ging nicht. Dann haben wir gleich das Haufen angezündet und jetzt werde ich schweigen. Seht euch einfach das selbst an und staunt von diesen Bildern. Wir machen das hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Es hat so cool gebrannt und ausgeschaut 1 zu 1 wie ein echter Vulkan Und nachdem es ausgebrannt war, sieht es aus wie ein Ameisenhaufen Ich hoffe das Video hat euch gefallen Leute Teilt das mit euren Freunden auf Facebook Abonniert meinen Kanal um kein Video zu verpassen Liked das Video und bis bald Leute Outro Outro